Grüß Gott, mein Name ist Erhard Mott. Sie sind hier bei mir in der E-Bike Erlebniswelt in Lauda. Zu Gast habe ich heute die Frau Leidinger und ihren, also scheinbar ihr Mann. Welche Namensgleichheit habe ich das gemerkt? Ja, das kann gut sein. Und Sie sind da in welcher Mission? Ich suche seit Jahren ein Fahrrad. Ich habe so Lust, wieder Fahrrad zu fahren, aber ich habe künstliche Knieprothese. Links und rechts? Links und rechts, beidseitig. Ich kriege nur 90 Grad hin und komme auf kein normales Fahrrad mehr. Ja, ich sehe das, also es ist auch ziemlich stark, das Kniegel. Ist es ein bisschen angeschwollen? Bisschen, ja. Wird es mal besser irgendwann? Ich hatte es jetzt verdreht etwas. Ah ja. Deswegen. Okay. Jetzt ist es so, wie groß sind Sie denn, Ihre Körpergröße? 1,58. Aha. Also Sie haben relativ kurze Beine, sind relativ klein und haben jetzt auch noch die eingeschränkte Kniebeweglichkeit. Und jetzt auf ein normales Fahrrad drauf zu kommen, ist das Problem, dass Sie einfach, wenn Sie drauf säßen, gar nicht reden können, gell? Genau so ist es. Ich muss den Sattel relativ hoch machen, um die Beugung zu vermeiden, die Stärke. Genau. Und das funktioniert einfach nicht. Also Sie haben es ausprobiert? Ja, ich habe es ausprobiert an verschiedenen Rädern. Das Aufrein der Treffern zum Problem. Ja. Ja. Gut. Wann sind Sie das letzte Mal Fahrrad gefahren? Probiert habe ich es kurz, das letzte Mal vor drei, vier Jahren. Mhm. Aber richtig gefahren bin ich so vor zehn, zwölf Jahren. Ach herrje. Na ja, man sagt, Schwimmen und Fahrradfahrer verlernt man nicht. Ich hoffe, es schafft schon ein bisschen Bammel. Hatte schon, ja. Also es ist so, Sie sehen, es kommen in der Hoffnung, dass wir Ihnen da helfen können mit Ihrem E-Bike. Ich habe ja diese Vitalis entwickelt und die sind auch im Laufe der Jahre, habe ich immer wieder entdeckt, man kann auch Anpassungen vornehmen für Leute mit einer eingeschränkten Beinfreiheit. Ich zeige Ihnen jetzt einmal so etwas. Mhm. Und zwar, ich habe jetzt an das Vitali Comfort gedacht, das hat einen sehr tiefen Rahmendurchstich. Mhm. Also Sie kommen dann ohne, dass Sie jetzt großen Fuß vorheben müssen, kommen Sie bequem drüber. Und wir haben jetzt hier diese Drehkurbel, haben wir jetzt speziell präpariert, und zwar mit einer sogenannten Schwenkkurbel oder Pendelkurbel. Mhm. Ja. Ähm, das Prinzip erkläre ich Ihnen ganz kurz, was da ist, und zwar... Oh, ich mache mal da einen leichten Gang. Das Pedal ist jetzt, die Pedalkurbel ist jetzt ganz oben, und trotzdem ist das Pedal nicht hier, da, neben oben, irgendwo, sondern es ist sogar etwas unterhalb von der Drehachse. Mhm. Aha. Ja, stimmt. Also das heißt, das Pedal muss jetzt nicht einen riesen Radius daneben vollführen, sondern es pendelt quasi, oder steigt, hier zwischen dieser Achse daneben und da. Und das sind etwa so 13, 14 Zentimeter, was wir da hinkriegen. Mhm. Das haben wir vorhin auch ausprobiert, wie hoch Sie noch die Füße heben können. Das eine geht ein bisschen besser, wie das andere. Genau. Aus dem Grund, wir sind jetzt sehr nahe, haben wir mal an beide Drehtkurbel so eine Pendelkurbel hingemacht, und da besteht die Chance, dass Sie danach halt auch eine komplette Umdrehung machen können mit jedem Bein. Wir haben es ja ausprobiert gestern, ne? Ja, ja. Und es hat ja funktioniert. Es war super, es war super. Ein Freiheitsgefühl. Ja, ja. Also, sag ich mal so, wenn man nicht mehr richtig fahren kann, oh lieber Gott, das macht man dann, ne? Ja. Ja, ich hätte es nie für möglich gehalten, ne? Dass ich irgendwann nochmal Fahrrad fahren könnte. Ja, aber man muss eines auch sagen, natürlich jeder ist ein bisschen ängstlich, weil man hat ja die Schmerzen gehabt in den Knie. Man weiß, wenn man jetzt zu schnell absteigt, man springt runter, dann tut es wieder weh, oder der schlimmste Fall wäre, man fällt mit dem ganzen Lade um, fällt auf die Knie, und dann hat man… Das wäre furchtbar, ja. Also, diese Ängste, die dürfen auch sein, ne? Die Angst schützt auch, gell? Stimmt. Sie schützt auch, sonst werden wir manchmal zu leichtsinnig. Und ich, also mein Bestrebe ist einfach, erstmal die technische Voraussetzung zu liefern, und dass ich sie jetzt dann begleite dazu beim Probefahrer und, 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 damit sie da also so sicher wie möglich dann auch in die Startphase kommen. In so einem Fall, dass man zum einen, wenn man sich draufsetzt, dass man mit beiden Füßen auf den Boden kommt, aber später die maximale Höhe hat am Sattel, um das Bein durchzudrücken, benutzen wir einen Sattellift. Und der Sattellift funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt einmal gerade. Wir haben hier eine Hebele daneben, am rechten Lenkergriff, und wenn sie nachher anrollen und entlasten den Sattel, also da muss man sie ein bisschen hochheben und drücken das Hebele und dann schwupp, dann fährt er so hoch, bis er ihr Gesäß erreicht. So, und dann hat sich daneben die Höhe um etwa 12-13 cm nach oben hin verändert. Dann können sie schön rundreden, kommen natürlich mit den Füßen nicht mehr auf den Boden. Das geht nicht. Aus dem Grund, zum Anhalten, wieder den Hebel betätigen und wenn sie jetzt drauf sitzen, fährt das auch wieder nach unten. Da war ich zu gut. Das jetzt zu üben im Stand ist wichtig, weil wir haben ja an der Fitali-Schaltung, das Hebele hätten wir, wir haben ein Bedienelement, wir haben einen Gasgriff, so einen Booster. Also das sind eine ganze Menge Sachen und damit man mit dem da alles klarkommt, das ist wie wenn Sie so in ein Flugzeug steigen, so ein Pilot, der muss ja auch lernen vorher, wo welcher Knopf sitzt, damit er das Ding starten und landen kann. Ja, das probieren wir jetzt. Ihr Mann hält sie vorne fest, ich halte sie hinten fest und dann setze sie sich einmal drauf und dann machen wir die Übung wie gestern, sie setzen sich und dann gehen sie hoch und gehen runter, so wenn sie vorne drehen und machen das ein paar Mal und damit wissen Sie dann, wie Sie den Hebel auszulösen haben. Ja. Also. So, also die Frau Leidinger hat sich jetzt da drauf gesetzt, kommen Sie mit beiden Füßen auf den Boden, wenn Sie mal beide draufstellen, aha, siehst du. Und das Gefühl, das Sie jetzt haben, ist... Sicher. Sicher, ja klar, Sie stehen jetzt drauf. Sicher, Schnappsfahrrad im Griff, noch. Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal kurz die Anfahrhilfe, wenn Sie auf das rote Knöpfe drücken, geht der Motor an. Wenn Sie nachher losfahren, probieren Sie zuerst hier mit diesem Drehgriff den zu betätigen. Machen Sie mal. Ja, genau. Und dann kommt das Rad in so eine Rollgeschwindigkeit von 6 kmh. Mhm. Und das stabilisiert Sie beim Fahren. Also mit 6 kmh rollt man so dahin, dann kann man mal einen Fuß auf den Pedal draufstellen, ne, das geht. So, und wenn Sie jetzt losfahren, dann geben Sie einfach Gas, drehen ein bisschen und dann schwuppdiwupp geht es los. Aber in der gleichen Phase tun Sie auch den Sattellift hochfahren. Mhm. Und das üben wir jetzt mal ein bisschen. Also Sie stellen beide Füße. Beide Füße. Das geht jetzt nicht, genau. Ja. Also mit einem. Ja. Wenn Sie mit dem einen Fuß auf das Pedal gehen, so, und dann drücken Sie sich ein wenig hoch. Und den Sattel hochfahren. Ja. Das ist er hochgegangen. Jetzt ist er hochgegangen. Und jetzt können Sie tatsächlich beide Füße auf die Pedale stellen, ne? Ja. Jetzt könnte ich fahren. Pua. Ja, das ist eine Sache. Und so? So. Und zum Anhalten zieht man das Hebel und das Fahrgestell wird wieder ausgefahren und Sie können dann die Füße aufstellen. Wenn Sie jetzt einfach mal nochmal üben, ein bisschen hoch und runter fahren lassen, den Sattellift. Zack. Genau. Schwupp. Aha. Hoch. Und wieder runter. Ja. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, so als Druckerübung. Mhm. Und dann wissen Sie dann in dem Moment, wenn Sie anhalten, wo Sie welche Hebel zu begehen haben, können wir runterfahren. Mhm. Na? Gut. Einmal hoch und runter. Und runter. Schön. So. Na ja, gut. Ähm, das habe ich Ihnen erklärt, mit dem Gasgriff ein bisschen losfahren. Und hier rechts haben wir natürlich auch eine Schaltung. Mhm. Äh, da ist jetzt der erste Gang. Ist da jetzt dort. Also Sie können im Grunde genommen im dritten, vierten Gang anfahren. Können Sie das mal draufschalten? Ja, genau. Okay. So. Mhm. Ja, und dann probieren wir mal die ersten paar Meter daraus auf der, auf der Straße. Das ist ja ruhig bei uns. Und dann filmen wir das mal, wie das Ganze aussieht. Mhm. Ich setze Ihnen auch vorher noch einen Helm auf, gell? Ist in Ordnung. Gut. Frau Leidinger, sind Sie bereit? Ja. Okay. Also. Ich habe das jetzt so eingestellter Antrieb, dass er nur auf den Drehgriff reagiert, gell? Hier, die Schaltung steht auf vier, das passt. Und äh, Sie setzen sich jetzt einfach einmal drauf. Rolle erst ein bisschen mit dem Gasgriff. Mhm. Ja. Und äh, vorn dann den Satellit hoch und können wir dann treten. Ja. Also, ich drücke die Daumen, dass das jetzt gut wird. Es ist frei, es kommt rein. Es ist frei. Aha. Aha. Also, sie macht jetzt bisher alles richtig. Super. Es ist der Satellit hoch, vorn. Und siehe da. Eieiei, wie die da schön da im Kreis rumfährt. Sagenhaft. Sieht richtig gut aus. Ja. Super. Und zum Anhalter wieder das Hebelitz hier und das Fahrwerk. Uff, das war jetzt nichts. Naja, das wollte ich zum ersten Mal haben wieder. Wolltest du es noch einmal probieren? Noch einmal? Wir probieren es mal fahren. Ja, ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Wie sie sagen. So. So. Drauf setze. Entdecken los. Vorne bisschen. Oh. Und. So, ich werde hier hoch. Check. Oh. Und da wieder. Jawohl. So. Jetzt hat sich die richtige Drehthöhe. Die Beine sind fast durchgestreckt. Also besser geht es nicht. Und die Anlinkelung ist feine 90 Grad. So. Ja. Und jetzt, ob sie es gut gemacht. Also jetzt sind sie wieder rumgefahren. Ich kann es sicher anhalten. Super. Perfekt. Ja. Das ist gut. Super. 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 Prima. Gutes Water. Sehr gut. Sehr gut. Also Frau Leidlinger, Sie haben jetzt noch eine Aphobie des Kuhkunfts vor sich. Ich hoffe es. Ja, also. Das funktioniert alles gut. Schön. Also, wenn es Ihnen genauso gehen sollte und Sie haben irgendwelche Knieprobleme, vielleicht können wir Ihnen helfen, den Viterlin. Kommen Sie einfach mal vorbei. Dann machen wir eine Probefahrt. Das geht recht schnell. Du sie sich aber kurz vorher wieder anmelden. Weil wir müssen schon auf Sie vorbereitet sein. Es braucht eine gewisse Zeit, die Technik kennenzulernen und auch das Vitali entsprechend zu präparieren. Also, vielleicht bis demnächst. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020